Herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Wir haben uns eine Höhle gemütlich gemacht und wir haben den Schlafsack genutzt. Aufheben. Und ich hoffe... Ja, es ist morgengrauen. Wie lange ist es vorher noch? 53 Minuten. Da werden wir uns noch ein bisschen aufwärmen. Jetzt hier ein bisschen ausruhen. Ich würde sagen, wir ruhen uns noch eine Stunde aus. Warten eine Stunde. So, Lagerfeuer ist ausgebrannt. Achso, ich stehe, ja. Jetzt sehe ich mal wieder nichts. Anzünden. Ja, mal wieder voll hier. Jetzt habe ich voll die Orientierung wieder verloren. Da geht es raus. Ah, ist noch ein bisschen duster. Da gab es aber Wölfe. Also, das finde ich jetzt ungeil, eigentlich da rauszugehen. Oder nicht so schön. Ich möchte mir ein bisschen gepflegter ausdrücken. Das ist ja schon wieder am Frieren, der kleine Affe. Komm, wir löschen mal das. Wir müssen ja nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Wölfe. 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 Wölfe sind keine Hunde und hier draußen extrem gefährlich. Normalerweise meiden sie Menschen, aber darauf solltest du es nicht drauf einkommen lassen. Wie die meisten Dinge in der Natur haben Wölfe Angst vor Feuer, Lagerfeuer, Fackeln oder Signalleuchten. Können sie fernhalten, besonders wenn du sie ihnen nach ihnen wirfst. Eine Garantie gibt es aber allerdings dafür nicht. Wölfe nicht am besten, du gehst ihn einfach weiter aus dem Weg. Vergiss nicht, Blut und rohes Fleisch locken sie an. Ja. Okay Wir haben eigentlich Sonnenaufgang Ich mach mir doch besser meine Fackel an Ähm, nein Ich wollte eigentlich eine Fackel jetzt nehmen Wo ist er? Wo ist er? Der böse Wolf Das eine Geißlein Die Sonne geht aber wirklich sehr spät auf, muss ich sagen Obwohl die schon halb draußen ist, ist hier noch kein Licht da Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Kann ich den eigentlich auch mit Steinen betäuben? Und dann ein bisschen aufessen? Ein lecker Wolfsteg Ach, da ist er Da hinten ist er Ah, ich verstehe Dann drehen wir mal hin und werfen mal die Fackel nach ihm Es gibt ja auch den Spruch Angriff ist die beste verteidigung, aber Dass wir jetzt nicht unbedingt Äh, darauf Zerfleischte Rehkatafer gefroren Können wir ein bisschen Fleisch Knacken Zerlegen Weil ich glaube, wir haben ja schon ziemlich alles aufgegessen Ah, ist das ein Wind Krähenfeder Nehmen wir mit Weiß man nicht, wofür die gut sein soll Wow, 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 wow Jetzt haben wir hier ein Frostiges Ereignis Ja, diese Schneestürme Die kenne ich noch aus den Abenteuern in der ersten Staffel Im Sandbox-Modus Hör mal Der kann mich doch gar nicht riechen, oder? Habe ich noch eine Fackel? Ah, verdammt Meine Güte Haha, hier ist ja voll der Action Zweimal, oder? Oh, nein Ja Oder ist von Selbsthalt Das habe ich leider nicht Das sind irgendwelche Pillen, oder? Ich glaube, der kann mich jetzt wahrscheinlich Ganz kaputt machen, ne? Da ist meine Fackel Die heben wir mal auf Du blöder Wolf, du H ist weglegen Sehr gut Ja, mir ist auch Mir tut irgendwas anderes weh, eher Und zwar meine Dummheit Kommen wir hier hoch? Ne, ne? Ne, natürlich nicht Ich frage mich, wie man Den Wölfen weiträumig Umgehen kann Wenn die hier so rumlaufen Wie das der einzige Weg eigentlich ist Ich weiß auch gar nicht Ob ich überhaupt noch richtig bin Ehrlich gesagt Wir suchen ja die Astrid Und wir haben drei Pfeile nach unten Also der Wind Ja Oh ja Okay, 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 okay Ah Die Gegend kommt mir bekannt vor Was ist jetzt? Wir schleichen mal eine Runde Oder haben wir keine Oh Kommen wir hier rein Fahrzeuge Suche Unterschlupf Autos können als Unterschlupf dienen Und dich vor Wind- und Raubtieren schützen Vielleicht findest du sogar Vorräte Im Handschuh- oder im Kofferraum Puh Okay Wo ist denn das Handschuh-Fach? Ja, da Ah, lecker Der Wolf Da ist er Gehen wir mal raus Und wir gehen schnell wieder rein Ja Wolfi Guck, guck Der guckt sogar mit dem Kopf da rein Gut, müssen wir ein bisschen warten Machen wir Zeit Wir haben ja nichts zu tun Wir sind nur in der Wildnis Musik ist wunderschön Die Grafik ist wunderschön Nur das Balancing ist ein bisschen Also ich find sehr viel Mikro-Management Ist alles natürlich realistisch Mit dem Wasser schmelzen Wasser abkochen Aber Wär schon ein bisschen cooler Wenn es ein bisschen Oder wenn man die Wahl hätte vielleicht Ich weiß nicht, wer von euch noch The Movies kennt Das ist auch so ein Aufbau Simulationsspiel von Peter Molyneux Super Idee Mit dem Filme schreiben Aber das man später tatsächlich auch schon hier Sich um Kann nicht sein, dass dieser blöde Wolf jetzt schon wieder kommt hier, oder? Der war doch ganz da hinten Warum kommt der jetzt? Oh Gott Dann geh ich halt in den Kofferraum Ja wahrscheinlich auch Bis die Folge zu Ende ist Das ist doch Der will mich doch hier Der kommt ja genau Exakt Öh Im Kopf wieder da rein Wenn der mich jetzt gebissen hätte Dann wäre wahrscheinlich Wir müssen mal schauen Ob hinter uns auch Autos waren Kann ich das gerade akut nicht daran erinnern Ich weiß auch nicht, warum man sich nicht hier Umdrehen kann Wir müssen uns irgendwie Schirm öffnen Schirm schließen Ja Okay Warum geht das Radio nicht? Tja Das werden wir eh nicht gewinnen Gegen den Wolf Also deswegen Wolfsbiss Behandlung Was denn jetzt schon wieder Hat der schon wieder Hunger, oder was? Das kann doch nicht wahr sein Jetzt warten wir mal Bis der ganz da hinten ist der Wolf Dann treten wir mal die Flucht nach hinten an So, ducken uns mal Ich weiß nicht, was es genau für eine Straße hier ist Was haben wir denn da? Ein Wolfskadaver Ach ja Wolfsteg Da sag ich nicht, nein Erfrierungsrisiko Ja Das glaube ich Das glaube ich Das glaube ich Ähm Ja Wir brauchen aber Stöcke Ich kann nichts dran ändern Wir rennen mal hier in die Ecke Mal schauen, was hier zu entdecken gibt Vielleicht In dem Sandbox-Modus Hat man manchmal irgendwas hier entdeckt Okay, hier ist nichts Dann rennen wir zurück Er kann schon nicht mehr rennen, wa? Der könnte ein Pferd essen Dann können wir essen mal ein bisschen hier Und wir trinken Alles mal aus Ich würde ganz gern mal tatsächlich von einem Auto zum anderen Auto mal jumpen Weiß nicht, ob der Hund uns das lässt Der Wolf Der Hund Ja, er kann schon nicht mehr rennen Ich Brech ab Komm, Forrest Milton Gerade Oh, der Wasserfall Oh, wie schön ist der Wasserfall Brücke von Fichtensturz Ah Oh, das war jetzt eine Aktion, wa? Handschuhfang ist leer Okay Warte eine Stunde Du bist einst mit der langen Dunkelheit geworden Warum das denn? Ja, ich hätte ein Feuer machen müssen Wahrscheinlich, ne? Letzten Spielstand laden Kann man tatsächlich speichern? Man kann speichern? Wie? Man kann speichern Das wäre meine Aktion gewesen Wenn ich wüsste, wie man speichern könnte Ja Checkpoint Kann ich verstehen Aber der Spielstand 65% haben wir schon geschafft Hm Ich wollte eigentlich nur so Mini-Let's Play machen Aber wenn das 65% eventuell Das 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 Kampagne sind Also dieses Wintermute Also das erste Wäre nicht schlecht Oder ist das Achso, das ist wahrscheinlich von dem zweiten Kapitel 65% Ach komm, das zweite Kapitel Schaffen wir irgendwann nochmal Ja, tut mir leid Die Folge ist etwas kürzer Als eigentlich ursprünglich geplant Aber ich bin ja hier irgendwie abgenippelt Im Wolfs Auto Ich denke mal Das nächste Mal werden wir uns ein bisschen da Deligenter anstellen Es ist nun mal halt ein Survival-Spiel Und es macht richtig viel Spaß Muss ich sagen Wie schon mal erwähnt Also so ein, zwei kleine Sachen Dieses Ich bezeichne es mal als Mikro-Management Gut Ist halt so Danke fürs Zusehen Dann sehen wir uns hoffentlich In der nächsten Folge wieder Bis dahin Halte die Ohren senkrecht Tschüss Bis dahin Bis dahin Ich bin ja Ich bin ja